heute zeige ich euch wie man den chameleon sich holen kann ohne das spiel sich vorbestellt zu haben ok wir fangen an also holt mal das handy raus geht aufs internet noch reisen transporte legendary motorsport dann geht da sieht ihr halt chameleon nicht vorrätig hot knife und carbon rs dann geht sie auf legr r h 8 dann geht sie auf das haus da dann kommt sie wieder da auf die startseite und dann geht sie da wo der link ist und drückt schnell kreis und x also gleichzeitig und dann wird hier der link erscheint und dann könnten sie hier unten dass die zahl ändern und dann müsst ihr 28 hinschreiben dann kommt sie zum chameleon wie ihr seht jetzt geht sie wieder da aufs also home button und dann geht sie wieder nach oben zum link drückt wieder kreis und x schnell gemeinsam und jetzt müsst ihr alles ändern bis zum slash zeichen und dann müsst ihr jetzt hinschreiben purchase car und enter und jetzt kommt da bei mir was für ein auto ich also statt was für ein auto ich jetzt wechseln will also das mache ich jetzt nicht weil wie ihr seht habe ich alle guten autos und die habe ich alle auch schon aufgemotzt und ja die will ich halt jetzt nicht wechseln und ja das war's ich hoffe euch hat das wieder gefahren es hat euch weiter geholfen ich würde mich freuen wenn ihr mich abonniert ein like nach oben also einen daumen und falls ihr irgendwelche fragen habt schreibt es in die kommentare tschüss bis bald bis bald